Hallo und willkommen bei BILDNER TV. Habt ihr in eurer Microsoft Access Datenbanken einige Dinge, die ihr gerne auswerten möchtet? So zum Beispiel, wie viele männliche Mitglieder habe ich in meinem Verein? Oder wie viele Aktive habe ich, die Beitrag bezahlen müssen? Wie viel ist dieser Beitrag? Dafür gibt es zusammenfassende Auswertungsfunktionen, die ich euch heute vorstellen werde. Hallo und willkommen bei BILDNER TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Ich bin der Andi und wir schauen uns heute mal wieder an, wie ihr in Microsoft Access einen Teil eurer Daten auswerten könnt. Und zwar mit Hilfe von zusammenfassenden Auswertungsfunktionen. So der schöne Name. Aber das hat gar nicht so viel mit den Funktionen zu tun, die ihr bisher kennengelernt habt. Sprich, die wir selber schreiben und berechnen. Da haben wir ja schon mehrere Videos dazu gemacht. Nein, sondern ihr habt auch im Grunde die Möglichkeit, mehrere Daten aus verschiedenen Tabellenspalten euch zusammenfassen zu lassen. Und die mit Hilfe von so eingestellten Funktionen wie Summe, Anzahl, Mittelwert einfach auch nochmal auswerten zu lassen. Das funktioniert ganz simpel. Und viele solcher Sachen sind eigentlich simpel, wenn man es weiß. Aber ja, wie halt immer, man muss es erst einmal wissen. Aber dafür gibt es ja schließlich einmal unsere Videos, aber auch unsere Bücher, die ihr unter www.bildnerverlag.de findet. Wie hier eben für Access für Einsteiger. Und das Schönste, ihr könnt euch sogar zu den meisten unserer Bücher gratis vollkommen kostenlose Kapitel herunterladen. Wie hier zu Access vier Stück, die ihr euch dann durchlesen könnt und sogleich viele Infos mit abgreift. Und noch besser ist, wenn man das ganze Buch kostenlos bekommt. Ja, das könnt ihr auch. Und zwar einfach einen Kommentar da lassen. Dann nehmt ihr an unserer wöchentlichen Gewinnspielziehung teil. Ja, und ich habe hier wieder meine, schon aus anderen Videos bekannte, Tabelle oder Datenbank für meinen Verein. Und hier habe ich mehrere Tabellen. Und hier habe ich zum Beispiel die Adressliste. Und da habe ich auch viele Daten, wie die Namen, die Anrede, Geburtsdatum und noch einiges mehr. Ob sie zum Beispiel aktiv sind, meine Mitglieder oder nicht. Ja, und da möchte ich jetzt mal so ein paar Auswertungen machen. Zum Beispiel als allererstes möchte ich einfach mal wissen, wie viele Herren und Damen habe ich denn da in meinem Verein. Das kann ich ja ganz einfach an der Anrede festmachen. Und dazu erstellen wir uns eine Abfrage. Vorher immer alles schließen, was ihr nicht braucht. Und ihr geht auf Erstellen. Abfrageentwurf. Und ich brauche jetzt natürlich meine Tabelle, die Adressliste. Und ja, da brauche ich jetzt erstmal, was ist mein Unterscheidungskriterium? Die Anrede. Und jetzt will ich aber nicht einfach diese Anrede als pure Liste haben, weil sonst habe ich ja jetzt hier eine Liste mit 20 mal Frau oder Herr. Nein, jetzt muss ich das Ganze einschränken. Und zwar habt ihr hier oben den Abfrageentwurf. Ihr seid schon in dem Register. Wenn nicht, auf Abfrageentwurf klicken. Und dann findet ihr rechts ein Ausblenden, und zwar die Summen. Und keine Sorge, das ist nicht nur die Summe, sondern da verstecken sich viele solche Funktionen dahinter. Aber ihr müsst das Ganze einfach mal aktivieren. Und achtet mal drauf, was weiter unten passiert. Wenn ich hier oben auf Summen klicke, dann schaut mal, was hier unten passiert. Dann wird nämlich unter Feldtabelle Sortierung noch eine weitere Zeile angezeigt werden. Zwischen Sortierung und Anzeigen müsste die kommen. Und zwar, ich klicke hier auf Summen. Und jetzt seht ihr, ist hier noch die Funktion aufgetaucht. So, und jetzt kann ich hier einfach mal das zusammengruppieren lassen. Das ist bereits eingestellt. Was passiert bei der Gruppierung? Nun, da nimmt er einfach alle gleichen Werte und gruppiert die zusammen. Also sprich, wenn ich das Ganze mir jetzt anschauen würde, dann würde da nur Herr und Frau stehen. Weil er fasst alles, wo eine Frau steht, zu einem zusammen und alles, wo Herr steht. Ja, da weiß ich jetzt aber noch nicht, wie viele das sind. Na ja, da mache ich mir jetzt einfach noch hier die zweite Spalte. Und da ziehe ich mir jetzt was rein. Am besten meinen Schlüssel, den ich habe, meine Mitgliedsnummer. Aber ihr könntet zum Beispiel auch den Nachnamen nehmen oder den Vornamen. Das dürfte jetzt hier keine Rolle spielen. Wichtig ist nur, dass ihr sicherstellen müsst, dass wirklich in diesem Feld was eingetragen ist. Und das ist normalerweise immer ja die Mitgliedsnummer. Da sollte eigentlich immer was eingetragen sein. Da das ja auch der Primärschlüssel ist. Also, ich nehme die Mitgliedsnummer. Und jetzt macht er mir wieder genau dasselbe und sagt auch wieder gruppieren. Aber nein, diesmal will ich nicht gruppieren, sondern ich klicke hin und klicke auf den Pfeil daneben bei der Funktion. Und jetzt habe ich hier die ganzen Funktionen zur Auswahl. Da zoome ich auch noch mal näher ran. Ihr seht, jetzt habe ich hier Gruppierung, was immer standardmäßig ausgewählt ist. Aber ich kann sagen, bilde mir die Summe, bilde mir den Mittelwert, such mir den minimalsten Wert, den maximalsten Wert. Ja, wenn ihr euch in Excel auskennt, genau das sind die gleichen Funktionen mit der gleichen Auswirkung. Ja, und was brauche ich, wenn er mir jetzt was einfach zusammenzählen will? Also, wenn ich wissen will, wie viele Leute habe ich? Das ist die Funktion Anzahl. Und genau die nehme ich jetzt. Also, ich klicke auf den Pfeil und wähle Anzahl. Also, was macht er? Er gruppiert mir jetzt alle Herren und Frauen zusammen und sagt mir daneben, wie viele das an der Anzahl sind. Schauen wir uns das an, in der Ansicht. Ja, jetzt weiß ich, ich habe in meinem Verein 11 Frauen und 13 Herren. Und das könnt ihr natürlich mit vielen anderen Sachen auch machen. Nochmal ein kurzes zweites Beispiel. Diese Abfrage schließe ich mal. Nein, ich speichere die jetzt mal nicht. Ich erstelle wieder einen Abfrageentwurf, nehme mir meine Adressliste und ich nehme noch die Tabelle Beitrag. Und ja, ich will jetzt einfach einrechnen, wie viel zahlen alle meine Passivmitglieder, wie viel kriege ich durch passive Mitgliedsbeiträge, also an alle Einnahmen, das ist einfach schön aufgeschlüsselt. Dann nehme ich einmal den Beitragstypus und dann will ich daneben den Beitrag stehen haben und das soll mir jeweils bitte gruppiert werden. Also gehe ich hier oben wieder auf das Summen. Das könnt ihr bereits nach dem ersten machen oder auch nach dem letzten. Das spielt keine Rolle. Und jetzt schauen wir uns das hier unten an. Jetzt wird erst einmal nach dem Beitragstypus gruppiert. Aber da gibt es eh bloß drei verschiedene Gruppen. Das heißt, da hat er eigentlich gar nichts groß zum Gruppieren. Und dann wird der Beitrag hingeschrieben und auch das sind nur 60 Euro für Aktive, 30 Euro für Kinder und 15 für Passive, sowas in dem Rahmen. Ja und jetzt will ich nur noch, dass er mir die Beiträge zusammenrechnet. Dann nehme ich nochmal den Beitrag. Aber diesmal lasse ich ihn nicht gruppieren, sondern da soll er mir jetzt das Ganze aufsummieren. Ja und schauen wir mal an, was dabei rauskommt. Und ich sehe, also ich habe Erwachsene aktiv. Die zahlen einen Beitrag jeweils einzeln von 60 Euro. Und insgesamt kriege ich durch die Erwachsenen aktiven 660 Euro. Und wenn ich jetzt zum Beispiel noch die Menge dazu haben will, das kann ich mir jetzt natürlich hier ausrechnen, aber ich kann es auch einfach noch dazu nehmen. Dann wechsle ich nochmal in meinen Abfrageentwurf, nehme jetzt einfach zum Beispiel wieder die Mitgliedsnummer, weil die muss jeder haben und lasse da einfach wieder die Anzahl bilden. Ja und nochmal zurück zur Ansicht. Jetzt sehe ich, ich habe Elfachsene Aktive, die jeder 60 Euro zahlen, was insgesamt 660 Euro sind. Also so seht ihr, könnt ihr eure Auswertung schnell gestalten. Spielt euch damit einfach mal ein bisschen rum. Wenn es nicht gleich auf Anhieb klappt, denkt mal kurz nach. Manchmal müsst ihr vielleicht bloß zwei Spalten vertauschen und schon kommt das richtige Ergebnis raus. Habt ihr noch Fragen dazu? Ja, dann schreibt es mir in die Kommentare und lasst mir auch wissen, wie ihr das Video fandet. Entweder indem ihr mir ein Like da lasst oder ihr es auch in die Kommentare schreibt. Ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch hier zusammen auf BILDNER TV. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020